Willkommen zurück. Wir sind in der Netafestung und arbeiten hier ein bisschen was ab. Warum haben wir jetzt schon so viel gehört? Das kam doch sonst eigentlich ein bisschen später. Drei Schläge. Puls. Eine schöne Sackgasse. Ach du Scheiße, ich weiß schon nicht mehr wo wir herkommen sind. Sackgasse. Ähm, ach da. Von da kommen wir. Läuft auf jeden Fall. Wir kommen von hier. Ah, da haben wir, ob ich den Netafest nicht gefunden habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kann man hier aus dem Fenster gucken? Ne. Ich weiß nicht. ...ein wenig ungünstig. Ich hab immer noch Respekt vor den Henloren. Lohin. Okay, Linzi Lohin. Aber... ...mit unserer Diamantenangst... ...machen wir die, solange sie alleine sind. Relativ gut platt. Und solange sie... ...im Freiraum sind. Alter, wieso gibt's hier so viele Pferderüstungen immer? Ja. Ich will Kakaobohnen. Ein Feuerzeug, interessant. Na gut, dann müssen wir das nächste Mal weiter erkunden. Sieht fast so aus, als ob wir jetzt... ...grob alles schon hätten. Ähm... Genau, da haben wir hier geguckt. Hier war auch ne Dings. Dann haben wir jetzt nur noch zwei Treppen nach unten. ...und... 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 Nice! Legt mich doch fit! So, Abmarsch. Cool. War auf jeden Fall erfolgreich, die Kuh. Keine Ahnung, wo der jetzt schießt. Ob die uns hier durch die Wände irgendwie sehen können? Kommt aber auch keiner. Ich muss immer wenigstens noch den Stick hier vollkriegen. 60, also noch 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt müsste ich bloß wissen, da geht's runter. Tschaui. Tschaui. Pfff, 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 pfff. Na, das lief doch. Wie viele vier Lohenrouten haben wir jetzt bekommen? Ich weiß zwar nicht, wie viele Enderperlen wir insgesamt haben. Aber... ...mit der Zeit sollten wir da locker die Enderperlen zu Enderaugen gewandert kriegen. Und dann irgendwann, in der Zukunft, werden wir da mal so eine Festung suchen. Ich glaube, das beginne ich aber auch erst mit einem ganzen Stack voll Ender-Augen. Und dann würde ich so eine Festung nämlich auch ausheben wollen, glaube ich. Vielleicht kann man die ein bisschen umbauen dann. So, jetzt laufen wir wieder eine Runde. Das ist gut. So, jetzt afin rein. So, jetzt laufen wir wieder dann. So, jetzt Curry. So, dann geht es lieber mal wieder. Drei Mal haben wir, mal wieder. So, jetzt Conrad. SöRB Und dabei. Und dabei. So, jetzt kommen die Zinn. Und dabei kommen sie. Und dabei kommen sie. So, drei, sieben Blöcke können wir uns ja noch mitnehmen, die klauen wir uns auch mal eben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und hindurch. Jupp. Jupp. So, ich werde mal kurz, das können wir gleich machen, geht mal kurz den Kram ab, den wir nicht brauchen. Dann ernten wir schnell die Meloni und, eigentlich können wir auch, falls der Weizen reif ist, auch den noch mal schnell ernten, wenn wir schon mal hier sind. So, Magma Kugeln bluten, das war ich. Okay, ein Sattel. Mal wieder, eine weitere Rüstung. Und vier Truhen, die könnten wir eigentlich gleich in unseren Lagerkeller mit einbauen. Das Feuerzeug packe ich immer mit in. Das Feuerzeug. Hey, habe ich nicht auch eine Melone gesehen? scheinbar ja nicht wer war das ist hier wieder ein Flummer gespawnt oder was? Ja, ich bin auch ein Flummer gespawnt. Ja, ich bin auch ein Flummer gespawnt. Hier auch Mensch, alles versaut. Oh, sag mal, was ist denn hier durchmarschiert? Oder wie das doch die Hoppelhase? Naja. Auf jeden Fall geht es hier in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann. Ja. 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 Ja.